Hallo, wir von BeamerShop24 möchten euch heute die ELMO MO1 vorstellen. Die ELMO MO1 ist ein sehr kompakter Visualizer oder auch Dokumentenkamera genannt und ist gerade für den mobilen Einsatz sehr interessant. Natürlich können wir sie auch stationär einsetzen, aber ihre Vorteile liegen ganz klar auf der Seite des mobilen Einsatzes. Schauen wir uns doch mal eben kurz an, wie klein die Dokumentenkamera zusammenfaltbar ist, wenn wir sie transportieren möchten. Wie wir sehen, sie ist so wirklich äußerst kompakt, lässt sich auch sehr schnell einpacken und passt eigentlich in jede Tasche. Genauso schnell ist sie wieder aufgebaut. Das Ganze wird dann einfach auf das entsprechende Papier oder Objekt ausgerichtet und schon kann es losgehen. Der Vorteil einer Dokumentenkamera beziehungsweise eines Visualizers liegt natürlich auf der Hand. Wir können sowohl ältere Schulmaterialien nutzen, indem wir die älteren Vorlagen, die wir sonst zum Beispiel auf einen Oberhaltprojektor legen, einfach auf einen Dokumententräger oder vielleicht sogar auch nur einfach ein weißes DIN A4 Blatt legen, richten dann die Kamera darauf aus und können dann das Bild von der Kamera über ein HDMI-Kabel oder zum Beispiel auch VGA-Kabel an den Projektor oder ein Display senden, um das, was wir abfilmen, zu präsentieren. Das Ganze lässt sich natürlich auch mit einem Buch machen oder zum Beispiel mit handgeschriebenen Notizen oder natürlich auch mit einem dreidimensionalen Gegenstand. Da muss man natürlich sagen, eine Kombination zwischen einem Visualizer wie der Mo1 und einem kompakten Projektor ist eine sehr praktische Lösung, wenn wir zum Beispiel von Klassenzimmer zu Klassenzimmer unterwegs sind, um mit dieser Kombination Inhalte zu präsentieren. Die Mo1 bietet in diesem Fall einen 5-Megapixel-Sensor und wir können mit ihr Bilder bis zu Full-HD-Qualität aufnehmen. So haben wir natürlich auch schon ein sehr scharfes Bild und können damit auch die Qualität der Vorlagen sehr gut übernehmen. Sie bietet dabei auch einen achtfachen digitalen Zoom. Wie wir sehen, wir haben jetzt hier keine optische Zoom-Möglichkeit, aber wir können natürlich auch noch näher an das Objekt herangehen, indem wir den Arm einfach absenken und so den Abstand zu den jeweiligen Unterlagen verringern. Das ist natürlich in dem Sinn kein direkter Zoom, hat aber eine ähnliche Wirkung. Was wir auch machen können, wir können die Kamera als Webcam nutzen. So können wir zum Beispiel den Kopf, wie wir es hier sehen, auf den Zuschauer bzw. auf die Personen richten, die gefilmt werden soll und schon kann es losgehen. Damit natürlich auch der Ton nicht zu knapp überkommt, haben wir hier vorne zwei kleine Mikrofone in der Kamera. Das ist natürlich dann auch sehr praktisch, dass wir kein externes Mikrofon benötigen. Bewegte Bilder können von der Kamera mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Je nach Höhe der Auflösung wird diese Anzahl allerdings ein wenig verringert. Wie man auch sieht, gerade beim Zusammenklappen, die Nutzung der Kamera ist sehr intuitiv. Auch die Knöpfe sind alle sehr schön gekennzeichnet, sodass man auch sehr schnell mit ihr zurechtkommt. Die Kamera selbst kann zum Beispiel via USB-Netzstrom mit Strom versorgt werden oder mit dem mitgelieferten Netzteil. So hat man die Möglichkeit, falls man mal gerade das Netzteil vergessen hat, mit dem USB-Kabel an einen Laptop heranzugehen, der entsprechend genügend Netzspannung auf dem USB-Anschluss bietet, um die Kamera dann darüber mit Strom zu versorgen. Was die LMUMO 1, wie eben schon mal angedeutet, natürlich für unterwegs sehr attraktiv macht, ist ihr geringes Gewicht von gerade mal 550 Gramm. Da merkt man eigentlich kaum, dass man sie mit hat. Wie wir hier sehen, die LMUMO 1 ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich, in Schwarz und in Weiß. Und so hat man natürlich auch jeweils die entsprechende Lieblingsfarbe für das eventuell daneben stehende Gerät. Schauen wir uns nun mal die Anschlüsse der Kamera an. Hier haben wir einen DC-Eingang für das Netzteil, einen Mini-USB-Eingang, einen VGA-Ausgang, einen VGA-Eingang, einen Mini-HDMI-Ausgang sowie einen normalen HDMI-Eingang. Wie man sieht, trotzdem es eine so kleine und kompakte Dokumentenkamera ist, haben wir die Möglichkeit, auch sowohl analoge als auch digitale Signale ein- und auszugeben. Und gerade wenn es um den HDMI-Aus- bzw. Eingang geht, muss man sagen, für eine so kleine Kamera ist es schon recht selten, dass man so gesehen das HDMI-Signal sogar durchschleifen kann. Weil sonst hat man eigentlich nur einen Ausgang, aber keinen Eingang. Schauen wir uns nun einmal das Zubehör der Dokumentenkamera an. Hier haben wir einmal die Dokumentation, das Netzteil, das Netzkabel für das Netzteil und ein USB-Kabel. Man kann also somit sagen, die LMOMO-1 ist der perfekte Begleiter, wenn es um Visualizer für unterwegs geht. Dank ihrer kompakten Auslegung sowie ihres leichten Gewichts lässt sie sich sehr gut transportieren und nimmt zum Beispiel auch in einer Laptop-Tasche oder in einem Rucksack nicht großartig Platz weg. Wenn man zum Beispiel auch noch mal guckt, wie einfach sie sich hier einstellen lässt und das Ganze hier zum Beispiel auf ein Minimales zusammenfaltet, lässt es sich auch sehr gut demonstrieren, wie einfach sie zu handeln ist. Da muss man ganz klar sagen, dass die LMOMO-1 wirklich eine äußerst attraktive, ultramobile Dokumentenkamera ist. Wir hoffen, wir konnten euch die LMOMO-1 etwas näher bringen und würden uns freuen, euch auch bei unserem nächsten Video erneut begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!